Genau, und dann haben wir zum AMS müssen. Haben Sie einen Job für mich? Ja, was haben wir denn gelernt? Ein Schauspiel! Immer wieder lustig, dass man das studieren kann, gell? Ja, tatsächlich! Ein Jobangebot mit 4.000 Euro. 4.000 Euro? Pensionsversorgung, Versicherung, alles dabei! Ja, ich bin ja gerade durchgemacht. Ja, wir arschen Sie ja nicht, oder? Ja, Sie haben ja angefangen, ne? Sie haben ja gesagt, Sie sind Schauspieler und glauben, Sie kriegen einen Job. Eieieiei! Ja, aber weiter geht es mit der Geld an? Es ist schon 2. Komm ich mir auf, Sommerbiere. Feier auf! Ja, Kultur, aber andererseits, ich brauche mir wirklich keine Sorgen ums Geld machen, weil mein Mann, der hat immer was zu tun, ja? Weil der ist gestoppt. Du, aber war das nicht am Anfang ein bisschen gruselig? Oder hat dir das gefallen, dass der einen dunklen Schnell ausziehen kann, he? Nein, nein, das war nicht das Gruselige. Aber dass ich mich danach immer waschen und wieder anziehen würde. Und das aller Schlimmste, auf Nacht, wenn ich nicht einschlafen kann, versucht er, mich nicht umzuschließen. Und in der allerersten Nacht hat er mich gefragt, ob ich ihn noch einmal sehen möchte. Aber irgendwie... Irgendwie ist es ja romantisch, ne? Der Bestatter und die Kameradistin. Schwarzer Humor. Ja. Ja.